Heute war die Eröffnung der Herbstausstellung in Kassel. Sie geht bis zum 8. November 2015. Es gibt wieder allerhand zu sehen. Doch seht selbst, wir haben hier ein paar kurze Ausschnitte für euch zusammengestellt. Die Frau war ein paar Arten. Machst du mal ein bisschen was? Den Igel. Ja, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier auf der Bühne Messe Lounge. Anlässlich der Kassel Herbstherstellung 2015. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aus der Erde bin ich da, ich spiele Tudelsack, Tudelsack, ich spiele Tudelsack. Der Oberkampf hat, ich spiele Tudelsack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein super Preis, ein sensationelles Gerät und als kleines Kleines ist es schön. Wir kommen dann auch nochmal die ersten drei Kunden, die das jetzt verstanden haben. Sie sagen tolle Sachen, nehme ich mal mit.